Also hier muss ich ganz klar ein Kompliment an meine Mannschaft machen und wir haben bei den Wetterbedingungen, die hier heute stattgefunden hat und bei den Gegnern, eine absolut junge Mannschaft, ein guter Gegner, die wirklich in der ersten Halbzeit nur vorne gepresst haben und wir haben unter den Bedingungen haben wir in der 46. Minute den Ausgleich noch erzielen können, verdienten Ausgleich erzielen können und in der zweiten Halbzeit spricht ganz klar für uns, also wir haben den Gegner mit Chancen und mit Druck voll im Schlag gehalten, hätten deutlich höher gewinnen müssen eigentlich, aber nichtsdestotrotz bin ich mit der 2-1 zufrieden, heißt also für uns ganz klar Aufholjagd hat begonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen!